Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mit Dark Lightsaber Ranger Gameplay. Ying und Yang, Licht und Schatten, sehr, sehr stark momentan. Viel Spaß mit dem Video. Enjoy. Und Fancy wollten wir auch probieren. Ich meine, wir könnten mal auf ein... Oder wir gehen auf ein Beta-Server. Da wollten wir eigentlich hin. Merke ich gerade dann. Spike-Shirt. Ich will ein Gold dafür, ne? Da habe ich einen Rakka drin, ne? Ein Schweinchen vor allem. Sperm. Sperr plus Broom? Klingt nach dem Plan eigentlich. Das ist so ein Buss fasst. Spikeshit. Ich brauche unbedingt zwei Bananen, wir gehen Out of Stamina schnell. Nein, Out of Stamina, wir hatten eine Bananen, das ist unfair, das ist unsere Bananen, wir haben einen Pocket Cent im Sale, ich denke nicht, dass Broome hier im Fenniback sein muss. Besser ohne. Okay. Von Petra passt gerade gar nicht. Okay. Okay. Gar nicht. Ich brauche Space, 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 Steine, Doppelspeer, was mit Doppelspeer, no Jog, no Cap. Das ist Schwergamer, kommen wir damit voran. Schwer, 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 Gubart wollen wir, glaube ich, lieber nicht spielen. Man könnte auf jeden Fall Gubart spielen, aber für 6 weiß ich nicht. Carrot nicht unbedingt. Ganz gutes Tempo, ehrlich gesagt. Herrlich gesagt eigentlich gutes Tempo. Fanny Pack nehmen wir auch nochmal gerne mit. Wieso nicht Speerbärt? In einer Weise, das muss die gleichen Anfangsbuchstaben sein. Speerbär. Einst dich nicht mal richtig. Das ist voll der schlechte Rhyme. Ja, der Speerbär, das würde gerne. War eigentlich immer ein bisschen die Anfangsbuchstaben, aber der Speerbär wäre, glaube ich, besser als Speerbärt, oder? Können wir auch machen. Das ist eigentlich recht funny. Äh, Glowberry ist gut. Glowberry wollen wir. Meine Option, wieder ein Croppled Crystal. Später finden wir den nicht mehr. Wird sich jetzt schon kommen. Der Herr Speer. Ja. Ja. Das waren die letzten Worte vom Sportlehrer. Alle Speere zu mir. Schenkelklopfe, oder? Hilarious. Hilarious. Wird das eigentlich auch ganz schön. Ein bisschen Spaceman. Non-Staminar-Sack. Hm. Wo sind die Lightsaber? Ich mag meine Lightsaber haben. Das spielt Speer plus Besen. Besen. Kann ich deswegen in Potions? Ich hoffe nicht. Wir haben noch Instaguba. Finder. Finder. Staminar-Sack. Oh, ein dritter Speer. Wie wär's? Pocket Sand hat er richtig Bock. Crazy. Bin. Bin ichалась. Bin ich. Bin so gl 그 dran appearance? Bin Lot. Bin ich. Bin ich. Bin es. Bin ich Nee. Bin ich. Joo. Bin ich. Ich habe schon viel Pocket-Cent gefunden eigentlich. Ein Großteil davon war sogar im Sale. Lutschtigerweise. Wait, ich will drüber drüber machen. Nicht dafür muss ich das machen. Fühlt sich falsch an. Das ist okay, oder? Kann man mit leben. Und ich lief in der Situation, weil ich was testen möchte. Ich möchte Light Saber, Dark Saber spielen eigentlich. Ich könnte aber auch Hunger Blade auf jeden Fall mitnehmen, eigentlich. Aber es kostet voll viel. Ist doch eigentlich Light Saber gerade. Nö, ich will Light Saber, Dark Saber probieren. Weil ich das forciere. Das habe ich auch für Pocket-Sense mitgenommen, eigentlich. Ein bisschen was ausprobieren. Mal schauen, wie stark Light Saber, Dark Saber ist. Fast noch verloren, krass. Ein Gingerbread-Jerry, aber den kann ich nicht spielen leider. Der ist zwar Food. Ist aber nicht Nature. Eigentlich brauche ich einen Corrupted Crystal sogar. Aber Problem ist halt, ein Light Saber ist besser als Dark Saber erstmal. So, dass wir einen Light Saber finden. Gut, das ist richtig, und zwar wie scherz mich. Ich habe dummie, diese Stлект zu zeigen. Und zwar, was ich will das Ball Trip, scherz mich. Und zwar, was ist das Scherz. Und zwar, was ich bin die Scherz, So eine wilde Runde eigentlich schon wieder. Fast perfekte Flöte, aber nur fast. Die perfekte Flöte macht die perfekte Flöte kaputt. Was geht hier? Hungry Blade, Spear, Thornbook und Bound Error. Er wird gar keine Stamina Probleme haben. Er spielt aber 4 Waffen. Das muss Leidsel bauen. Unfancy. Vergangsweise. Surely. Surely, surely. Carriage. Mach das alles kaputt hier. So. 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 Erst nur Chill. Wird ich denn nicht den Doppeltäter? Noch ein Mana Orb. Ich bin noch nicht so überzeugt. Vielleicht erinnert sich das ja noch. Der Holy Potion ist eigentlich gut. Aber eigentlich erst später. So, hmm. 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 Ich bin nicht so angetan von dieser Runde bisher. Gute Flöte machen. Wo ist Slides aber, wenn man jemanden braucht? Wo, wo, wo? Komm schon, ein Hit noch. Danke. Rotate Re 90 Grad nach rechts. Danke. Besser. Oh, Lightsaber am Sail. Let's go. Wichtig, danke. Das war wichtig. Danke. 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 Hat sich noch ein Econ-Color, ich glaube nicht. Cap ist immer gut. Cap ist immer gut. Cap ist hier gut, damit du 4x3 Regions hast. Theoretisch, wenn die Fallen lang genug gehen, kann man sagen, 12 Regions könnte besser sein mit Lightsaber. Kein super schlechter Call hier. Perfekt Flut. Lustig. Gibt es schon einen Spitznamen für Käsegubart? Falls nein, Permen kommen wir. Lustig. Ähm, ne noch nicht. Eigentlich wurden jetzt, der heißt zum Beispiel Brubart eigentlich, weil es ein Brubart ist. Es gibt Brubart, es gibt Lubart, es gibt Brubart. Und den gibt es noch. Den Brubart gibt es. Nochmal Heroic Potion. Aber brauchen wir das? Ich muss mir niemals mehr Sorgen um Stamina machen eigentlich. Ich habe einen Namen für die neuen. Nein. Wer ist mit Lightsaber? Da will ich Lightsaber spielen. Lightsaber, Darksaber und ich finde keinen zweiten Lightsaber. Hm. Nicht, dass wir gegen Bloodthorn gewinnen können, oder? Warte, ich spiele Bloodthorn Ripsaw Blade. Also Ripsaw Blade ist irgendwie am Arsch der Welt. Das hier geht halt auf Stamina. Ganz kurios. Warte mal, eine zweite gute Waffe endlich. Hey! Ho! Existiert ja doch noch. Hooray! Spike Shirt. Spricht was dagegen, ist die Frage. Auch hier. Es ist so. Ich würde mich über dieräge. Ich würde mich über die Frage, dass ich den Blick auf meine Regeln habe. Dass ich mich über die Zeit befinde. Und ich würde mich über die Reihe erwarten, weil ich dann das im Leben anschauen. Ich würde mich über die Frage, die sich über die Filme anlegen. Ich würde mich über die nächste Temperatur ausprobieren. Schwierig mit den Caps hier. Oh. Ich finde gerade sonst keinen Platz dafür. Rotate Leaf. Done. Jetzt besser auch. Jetzt bin ich verwirrt. Was bringt denn Rotate Leaf? Wir wollen Darksaber? Ja, wollen wir. Natürlich wollen wir den Darksaber. Nicht verwirrt, wieso mache ich das? Alles okay gerade. Halbwegs. Möchte ja den Darksaber spielen. So, ist fein. Das sieht doch gut aus jetzt. Darksaber möchte ich spielen. Jetzt haben wir noch einen Lightgruber dazu. Ich möchte einen Lightsaber haben, der den Gegner blindet. Dann möchte ich einen Darksaber haben, der den Gegner noch mehr blindet. Letzter Combine Turm. Was sagen wir zu einer Mana Portion? Eine Portion Bad Sign. Theoretisch ja, aber ich habe gerade keinen Bock umzubauen. Das ist nicht so relevant. Wir kriegen einen random Buff. Kann theoretischen Unterschied machen, aber ich bin gerade echt ein bisschen zu faul ehrlich gesagt. Alles gut, Loren. Gucken wir, wie stark das ist. Ich kann easy noch eine dritte Waffe spielen eigentlich. Cap of Discomfort kommt ein bisschen zu spät. Ich glaube mit Cap of Discomfort hat man gewonnen sogar. Nightsaber 34,8 TPS. Darksaber 28. Sieht eigentlich not bad aus. Ich nehme damit direkt, ach das ist halt scheiße damit direkt mit zu starten. Gembox kommt zu spät eigentlich. Ich meine ich kann immer auch das nutzen zum Rollen eigentlich. noch ein Defensiv. Da waren sie wieder seine zwei Probleme. Er kann seine Orbs rollen. Rollen. Er kann keine Orbs rollen, die hat die Portion nicht im Bett. So was würde nur ein Hater sagen. Das ist da uns kein Potion im Sale. Ich denke ich irgendwie spielen müsste. So. 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 Mein Name. Ok. Ok. So. Ich habe nichts mehr drumrum. Ja, Mann. Ich schieße jetzt die Bananen da. Hier noch ein Gold. Ups. 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 Gute noch. Wie findest du, Hunt schon mit Lifesteal ist, glaube ich, hier nicht super relevant, das ist sehr teuer. Halte ich mal daran, ne? Bin jetzt schon soweit Potion Bad Value absichtlich nicht zu nutzen bei Darksaber Poison Bomb, um kein Healing zu bekommen. Keine Rejoin, meinst du? Keine Vamp. Verstehe ich sogar, ja. Du bist kein Hater. So, was würde nur ein Hater sagen? Dark Light Saver, let's go! Steel Go-Board mit Dark Saver. Ich hätte auch gerne Light Go-Board gemacht eigentlich. Soweit kamen wir leider nicht. GG, was sagt unser DPS? Light Saver 36er DPS, Dark Saver 32er DPS. Ballert gut rein, and GG's.